In diesem Video werden Ihnen unterschiedliche Lernszenarien und Grundbegriffe des elektronisch gestützten Lernens erklärt. Außerdem erfahren Sie mehr darüber, wie sich das Rollenverständnis von Lehrpersonen im Kontext von E-Learning verändert und welche besonderen Kompetenzen Sie dafür benötigen. Dazu werden Ihnen abschließend Grundlagen der E-Moderation als eine Schlüsselkompetenz beim Lernen mit digitalen Medien erklärt. Lernen immer und überall. Wer kennt diesen Slogan nicht? Mit Hilfe von digitalen Medien und entsprechenden mobilen Geräten ist Lernen heute, jederzeit und theoretisch auch an jedem Ort möglich. Lernen findet natürlich mit und ohne technische Hilfsmittel nach wie vor im Klassenzimmer und im Hörsaal statt. Bei Blended Learning und Online-Lehre aber auch bzw. ausschließlich im Netz. Ob auf dem Weg in die Schule oder Arbeit mit dem Smartphone im Zug, in der Mittagspause am Tablet im Park oder abends zu Hause mit dem Laptop auf der Couch. Das schafft für die Lernenden bekannte Vorteile im Bereich Mobilität, Flexibilität und Selbststeuerung. Aber auch Lehren kann heute überall erfolgen. Als Lehrperson kann ich mir Technologien so zunutze machen, dass sie meinen Bedürfnissen und Lebensumständen entgegenkommen und den Unterrichtsalltag erleichtern. Gleichzeitig statte ich so meine Lernenden mit essentiellen digitalen Kompetenzen aus. Worin besteht nun aber der Unterschied zwischen Präsenzlehre, Blended Learning und reiner Online-Lehre? Welche Kernkompetenzen benötigt man als Lehrperson für diese Settings? Und was hat eigentlich BBQ mit all dem zu tun? Also das mit dem BBQ ist recht einfach erklärt. In ihrem Lehrbuch für Lehren und Lernen mit Technologien erfanden Martin Ebner, Sandra Schön und Walter Nagler mit ein bisschen Augenzwinkern die BBQ-Typologie. Damit veranschaulichen sie die unterschiedlichen Formen von Unterricht im Bildungsalltag mit einer Bildmetapher. Stellen Sie sich einmal eine Grillwurst am Spieß vor. Ob aus Fleisch oder Tofu ist hier jetzt nebensächlich. Präsenzunterricht ohne Einsatz von Technologien sieht aus wie eine einzelne Grillwurst am Spieß. Die gleiche Grillwurst, aber mit ein bisschen Senf und Ketchup obendrauf steht hier für den Technologieeinsatz im Präsenzunterricht. Das kann jede Art von Technologie sein. Vom Oberheadprojektor bis hin zum digitalen Whiteboard oder den Handys der Lernenden. Wenn Sie Ihren Präsenzunterricht mit dem Einsatz von Lernplattformen kombinieren, Ihr Klassenzimmer oder Ihren Hörsaal also um eine virtuelle Komponente erweitern und somit mit einem virtuellen Lernraum umrahmen, so können Sie sich das vorstellen wie das Hotdogbrötchen, das um die Grillwurst gehüllt wird. Alternieren die Phasen der Präsenzlehre nun tatsächlich mit Phasen von Online-Lernen und Lernen, dann könnte man das mit einem Grillspieß visualisieren, auf dem sich die in Scheiben geschnittene Grillwurst mit Gemüse abwechselt. Diese Form von Lernen wird oft auch als Blended Learning verstanden, da hier zwei Lernsituationen miteinander vermischt werden. Wenn noch ein Bild braucht, kann sich das als Mixer vorstellen, auf Englisch Blender genannt. Aber nun zurück zu unserer Barbecue-Typologie. Die reine Online-Lehre ist in dieser Bildmetapher mit einem bunten Gemüsespieß, ganz ohne Wurst, dargestellt. Hier geht es um Lernkonzepte ohne jegliche Präsenz, aber mit unterschiedlichen Phasen und Werkzeugen. Ein Beispiel wäre hier, wenn Sie auf Mux.at einen MOOC absolvieren, ohne dass es dazu eine begleitende Präsenz-Lehrveranstaltung gibt. Geschmäcker sind nun bekanntlich verschieden. Das trifft selbstverständlich nicht nur für das Grillen, sondern auch für das Lernen und Lernen zu. Deshalb ist auch keine eine Form des Einsatzes von Technologien für den Unterricht besser oder schlechter als eine andere. Die Entscheidung, was bevorzugt wird, hängt daher immer von den Lernenden wie auch den Lehrenden ab, sowie natürlich von den vorhandenen Rahmenbedingungen. Eines ist aber klar. Lernen mit digitalen Medien braucht andere, vielfach neue Kompetenzen, mit denen sich für Lehrende auch automatisch ihre Rolle verändert. Neue Lernformen erweitern somit die Rolle der Lehrenden. Was früher lehrenderzentrierter Frontalunterricht war, wird heute oft in Prozessen der Wissenskonstruktion in Lerngruppen gemeinsam erarbeitet. Lernen in virtuellen Räumen, egal ob in Blended oder in reinen Online-Settings, benötigt vor allem eine Schlüsselkompetenz, die E-Moderation, auch Online-Moderation genannt. Darunter versteht man die Begleitung der Lernenden in den virtuellen Phasen des Lernens, also bei der eigenständigen Arbeit mit Computer beziehungsweise mobilen Endgeräten und dem Internet. E-Moderatorinnen und E-Moderatoren haben die Aufgabe, einen dynamischen Lernprozess in Gang zu bringen und am Laufen zu halten, sowie die Lernenden beim eigenständigen Erarbeiten von Wissen zu unterstützen. Diese erfolgreiche Begleitung von Online-Aktivitäten ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg oder Misserfolg von Online-Lernangeboten. E-Moderation kann direkt von der Lehrperson oder von eigens dafür vorgesehenen E-Moderatorinnen oder Tutoren durchgeführt werden. In der Praxis werden Sie häufig Lehrperson und E-Moderator in Personalunion sein. Als E-Moderatorin schlüpfen Sie dabei sogar noch in mehrere Rollen. Sie sind gleichsam Expertin, Teambildner, Coach, Vorbild, technischer Support und Moderatorin im eigentlichen Sinne. Als Expertin oder Experte benötigen Sie selbstverständlich Fachwissen, das Sie im Lernmanagementsystem didaktisch gut aufbereitet zur Verfügung stellen. Hier ist auch Ihre eigene Medienkompetenz gefragt. Als Teambilderin und Coach unterstützen Sie einerseits Gruppenarbeit und Gruppenbildung. Andererseits begleiten und unterstützen Sie Ihre Lernenden auch individuell, ganz wie die Trainerin im Sport. Sie helfen bei der Entwicklung eigener Potenziale, aber auch bei der Selbstorganisation und Zeitmanagement. Hier schließt auch die Funktion als Vorbild an. So wie Sie sich online verhalten und online kommunizieren, werden es auch Ihre Lernenden tun. Sie agieren somit als Rollenmodell und vermitteln Kommunikations-, Medien-, Methoden- und Sozialkompetenz. Und wenn einmal die Technik versagt, sind Sie natürlich auch erste Ansprechpartnerin dafür, wobei Sie diese Fragen gegebenenfalls an ein IT-Support-Team im Hintergrund delegieren werden. Ihrer eigentlichen Rolle als Moderatorin kommen Sie bei all diesen Prozessen natürlich auch nach. Besonders gefragt ist die Moderation bei unterschiedlichen Formen der Online-Kommunikation. Entweder asynchron, beispielsweise über Diskussionsforen und Wikis, oder synchron, beispielsweise über Chats oder virtuelle Whiteboards. Hier geht es unter anderem um das Transparentmachen von Rahmenbedingungen für eine Online-Diskussion. Das beinhaltet klare Arbeitsaufträge mit Diskussionsziel und Zeitraum, in dem die Diskussion stattfinden soll. Ebenso wichtig ist das Festlegen und die Einhaltung von Kommunikationsregeln, die sogenannte Netiquette. E-Moderatorinnen und E-Moderatoren übernehmen außerdem die Aufgabe der Motivation, indem sie sich aktiv in den Diskussionsprozess einbringen, bestätigen, dass sie Beiträge gelesen haben, aber auch indem sie Diskussionsstränge zusammenfassen und Lernende bei Bedarf zur Teilnahme auffordern. E-Moderation ist somit ein Schlüssel zum Erfolg für gelungene Online-Kommunikation. Das lässt sich aber nicht über Nacht lernen und benötigt zusätzliche Zeitressourcen. Auch zu bedenken ist, dass gleichzeitige Wissensvermittlung und E-Moderation enorm schwierig ist und man vor allem in der synchronen Online-Kommunikation grundsätzlich eine zweite Person als Unterstützung benötigt. Denken Sie also schon bei der Planung Ihrer netzbasierten Lehr-Lern-Umgebungen an folgende Fragen. Arbeiten die Lernenden online in Gruppen oder individuell? Wie groß sollen die Gruppen online sein? Welche und wie viele Kommunikationskanäle soll es online geben? Wann werden sie eingesetzt? Welche Leistungen sollen wie und wann erbracht werden? Wie werden diese bewertet? Und ganz wichtig, wie viele zeitliche Ressourcen kann ich für meine Tätigkeiten als E-Moderatorin einplanen? Wer hilft mir eventuell bei der Co-Moderation? Fassen wir zusammen. Unterschiedliche Formen von Unterricht mit und ohne Einsatz von digitalen Technologien können einfach mit der sogenannten Barbecue-Typologie erklärt werden. Die Spannbreite der Lehr-Lern-Settings reicht hier von Präsenzunterricht ohne Technologieeinsatz bis hin zur reinen Online-Lehre. Dabei ist keine Form per se besser oder schlechter als eine andere. Vielmehr hängt gute Lehre vom didaktischen Konzept ab, das die Zielgruppe wie auch die Rahmenbedingungen berücksichtigt. An Schulen und Hochschulen wird Präsenzunterricht oft mit Lernmanagementsystemen begleitet. So wird der physische Klassenraum um einen virtuellen erweitert. Wenn sich Präsenz und Online-Lehre abwechseln, spricht man allgemein von Blended Learning. Eine Schlüsselkompetenz für Lehrende in jeder Form des E-Learning ist die E-Moderation. Das ist die Begleitung und Betreuung der Lernenden in den virtuellen Phasen des Lernens. E-Moderation ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für gelungene Online-Kommunikation. Sie erfordert vielfältige Kompetenzen und Fähigkeiten. Mit ihr verändert bzw. erweitert sich das Rollenbild der Lehrperson.